Das Toyhouse am Mirabellplatz begibt sich mit seinem Herbstprogramm auf die Spuren des griechischen Theaters. Es soll wieder einmal daran erinnert werden, dass das gesamte westliche Theater auf Autoren wie Eurypides zurückgeht und dass seit 2500 Jahren der Versuch unternommen wird, von der Bühne aus den Menschen ins Gewissen zu reden. Die Toyhouse-Produktion trägt den Titel Kassandra motzt, aber Helena hat recht. Es geht darum, wie damals alles begann. Wie etwa dem Untergang Treuers so etwas wie politische Bildung möglich sei.